Oh Moin Geht so von der anderen Seite rein hier Weiß auch nicht, was der Affe da hinten macht Ist mir auch scheißegal, der steht da einfach nur dumm rum die ganze Zeit Habe ich ihm schon dreimal jetzt Einen Platz zugewiesen Bin halt nicht Geht Geht Oh Aaaaaah Na, sehe ich da vorne immer die Spritzen? Was ist das denn für ein Scheiß? Kann hier mal die Nummer 3 reinkommen, bitte? Oh, bitte verlieben die von vorne. Also, haustechnisch. Oh! Okay, da brauchen wir wohl nochmal, äh, Feuerlöscher. Spritzt aber genau rein, wo ich gerade war. Dein Kollegen, reinspritzen. Ach, komm, das weiß ich. Wir brauchen einen neuen. Das sind bestimmt alle, ne? Dann müssen wir den hier klauen. Ich versuch das mal von hier. Ja. Oh! Alkohol! Oh nein! Oh nein! Oh, da zieht sie echt schon hin hier. Geht nicht? Vorhin ging doch sowas auch, so ein Fenster. Die Fenster gehen nicht, schade. Gut. Achso, den Schlauch habe ich hinten liegen lassen, ne? Da. So. So. So, Egi. Absoluten Dank. Ich wünsche dir gute Nächtele und schnelles Einschlafen. So. Wo ist eigentlich schon der andere Vogel, der hierher sollte? Der war doch gerade hier und jetzt ist er wieder weg. Oh, da müssen wir nochmal mit den Dings rein da, ey. Dein Glückwunsch. Und jetzt machen wir das mal hier. Oh. Oh. Ich glaube hier ist einfach fast alles mit Dings zu löschen, ey. Oh. Das gibt's doch nicht. Oh. 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 Danke, Egi. Gute Nacht Und ab vielen Dank Er steht schon wieder hier Ihr könnt nicht so in die Fresse schlagen, Alter Mann Komm jetzt mit, du Affe, ey Das sollte sich so lassen dann Aber hier müssen wir noch mal sind und da mit rein Bin auch mal weg, Gute Nacht Bette, hab schön, lieben Dank Dass du da warst Ich wünsch dir was Quasi nur noch da, ne Da oben Oh, sieht doch gut aus, das Haus Können mal die anderen auch hier herkommen Ah, okay Oh, das hat doch alles sich hingezogen hier doch Hm Entzündung eines Müllcontainers T-Rex-Fahrer Courage in luftige Höhen Ja, toll Hat der nicht so geklappt Alter Achso, nee Okay So, was haben wir als nächstes dann Das ist denn Entzündung eines Müllcontainers Das ist hier mit diesen komischen Oh Das müssen wir mal machen Das geht's nicht so weiter Na gut, muss man hier speichern eigentlich? Nö Okay So, dann verabschiede ich mich erstmal von YouTube Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zur nächsten Aufnahme vom Firefighting Simulator Bis dann Tschüssi Achso, übrigens wie toll ist das Spiel gerade aktuell? Ich glaube 20 Euro 20, 25 Euro Ich hab ein bisschen weniger Ich glaube im Oga war es günstiger Ich glaube ich hab 12 bezahlt Völlig in Ordnung Also 20, 25 Euro Kann man dafür ausgeben Lieber das als Polizeisimulator 30 Euro So Macht's gut Tschüss